So, hallo und herzlich willkommen, schön, dass ihr reinschaut zu meinem Video zu Husefuck. Ich kann es nicht lesen, wirklich, was da drauf steht. Ein Familienspiel für drei bis acht Personen. Familienspiel, Partyspiel, ein geselliges Spiel für locker, leichte Runden. Ich habe es gestern zum Beispiel in der Spieleburg gespielt mit fünf Personen. Da hat das wunderbar funktioniert. Hier sehen wir das Spiel einmal aufgebaut. Und zwar geht es in dem Spiel darum, dass wir hier eine Frage haben. Wer hüpft am besten? Und jetzt müssen wir uns überlegen, was wir denken, welche von diesen gezeichneten Charakteren hier wohl am besten hüpfen würde. Ist jetzt hier relativ einfach. Ich habe das einfach zufällig hier hingelegt. Das heißt, wir haben jetzt alle unsere Marker, würden uns jetzt alle irgendwas überlegen. Würden dann die entsprechenden Marker einfach dort in die Mitte legen. Und das machen dann alle Leute, die mitspielen. Ich hoffe, dass wir jetzt halt so eine Wahl hätten, dass alle die vier genommen haben. Das wäre super gut, weil dann würden wir jetzt zum einen so einen Marker hier noch bekommen. Das sind auch quasi unsere Lebenspunkte. Und dieser Charakter wäre gewählt worden, würde jetzt einfach beiseite kommen. Mit dem spielen wir nachher noch das Finale. Und wir würden jetzt hier einen neuen Charakter hinlegen. Da kann man entweder den obersten einfach nehmen oder, wenn man sich den schon die ganze Zeit angeguckt hat, ihn einfach umdrehen. Ich würde ihn jetzt so hinlegen, weil den hatten wir nicht in der letzten Partie. Die Frage würde jetzt wegkommen. Und jetzt ist hier die Frage, wer müsste nachsitzen? Auch da müssen wir uns jetzt überlegen, wer von denen sieht so aus, dass er nachsitzen müsste. Wichtig ist, in dieser Phase dürfen wir uns nicht darüber unterhalten. Wir dürfen uns keine Zeichen geben. Wir dürfen nicht irgendwie sagen, das ist super eindeutig. Oder keiner mehr eingeben. Oder klar, irgendwie der hier mit der Mütze muss es sein. Nee. Jeder macht sich seine eigenen Gedanken. Dann legen wir halt alle irgendwelche Marker dahin. Das heißt, es könnte sein, dass ich jetzt irgendwie diesen Marker dahin lege. Irgendwer anders legt den Marker dahin. Und noch irgendwer anders legt den Marker dahin. Und dann würden wir gleichzeitig aufdecken. Und ja, jetzt sehen wir halt, es gibt keine eindeutige Mehrheit für einen Charakter. Das ist schon mal schlecht. Es muss immer eine absolute Mehrheit geben. Also mehr als die Hälfte aller Leute, die mitspielen. Das heißt, bei fünf Personen, zum Beispiel drei, müssen eben für die gleiche Person und den gleichen Charakter hier gestimmt haben. Und wenn das nicht so ist, dann verliert man wieder ein Leben. Sollte man das letzte Leben verloren haben, dann hat man sofort verloren. Und jetzt würden wir auch in dem Fall einfach ein Leben verlieren. Alle Charaktere würden hier liegen bleiben. Und wir würden jetzt einfach eine neue Frage bekommen. Das heißt, jetzt wäre die Frage, wer wohnt hier? Da sollte jetzt jeder diese Abbildung hier sehen und sich halt überlegen, okay, welcher von diesen Charakteren würde vermutlich da wohnen? Das ist natürlich schwierig, worauf man das jetzt irgendwie zurückführt. Wichtig ist eben immer, dass man nach den Abstimmungen, gerade wenn man es nicht getroffen hat, darüber redet, warum man sich wie entschieden hat. Denn wir spielen so lange, bis wir entweder keine Lebenspunkte mehr haben oder bis wir sechs Charaktere hier gesammelt haben. Und dann spielen wir noch ein Finale. Dann legen wir halt die sechs Charaktere, die wir gesammelt haben, hier aus. Und dann müssen wir nochmal abstimmen. Und wir müssen wirklich alle einstimmig abstimmen. Das heißt, alle müssen genau die gleiche Zahl zur passenden Frage aufdecken. Und dafür ist es natürlich wichtig, dass man vorher immer über seine Entscheidung, seine Gedanken geredet hat, damit die anderen verstehen, wie man selbst denkt, was für Assoziationen man hat. Dass man auch lernt vielleicht, dass man genauer hingucken muss, irgendwelche Details beachten muss, dass vielleicht Sachen, die man selbst gar nicht so eindeutig findet, für andere aber irgendwie schon Sinn machen. Man muss sich quasi mindestens sechs Runden lang eingrooven und eben herausfinden, wie die anderen Leute so ticken und dann das Finale hoffentlich schaffen. Wenn man das eben im Finale nicht schafft, muss man auch wieder Marker abgeben. Und ja, man hat dann hoffentlich noch genügend Marker über, damit man das Finale bestehen kann. In den beiden Partien, die wir zum Beispiel gestern gespielt haben, sind wir einmal gar nicht ins Finale gekommen. Beim zweiten Mal hatten wir im Finale noch einen von diesen Markern hier übrig. Und dann haben wir es nicht gleich einstimmig geschafft. Und dann haben wir leider die Partie verloren. Hatten aber durchaus viel Spaß. Als ich mir vor ein paar Tagen in der Spieleburg die Anleitung durchgelesen habe, dachte ich mir, okay, irgendwie hier die ganzen Charaktere sehen irgendwie nicht so wirklich geil aus. Wobei ich jetzt, wo ich das Spiel gespielt habe, auf jeden Fall sagen muss, die abgebildeten Charaktere, die Zeichnungen hier, passen absolut hervorragend zu dem Spiel. Weil die eben immer schön vieldeutig sind und man kann da immer alles Mögliche reininterpretieren in die Charaktere. Und wichtig ist vor allen Dingen natürlich, dass die Fragen dazu passen. Wer wohnt hier oder wem gehört dieser Hintern? Auch da könnte man jetzt überlegen, wem hier von der gehört. Aber wir können jetzt mal, ihr könnt ja einfach mal für euch innerlich abstimmen, was ihr denkt, welche Zahl jetzt hier andere Leute tippen würden. Und ja, ich würde zum Beispiel die 4 sagen, auch wenn der ein bisschen kleiner aussieht, aber in der Relation zu den anderen Leuten, würde ich vielleicht sagen, der gehört zu dem. Oder wer könnte einen Buchstaben im Alphabet ersetzen? Da würden wir jetzt hoffentlich alle eindeutig den hier nehmen, weil der auch schon so gemalt ist, wie so ein Männchen ist. Und man denkt immer, es wäre eindeutig. Und manchmal sehen die anderen Spieler doch andere Geschichten da drin. Oder wer hat gerade sein erstes Single veröffentlicht? Und das rotiert hier natürlich immer durch. Man kann auch einfach sagen, dass man vielleicht einfach jede Runde die Charaktere, die hier sind, ersetzen möchte. Und dann hat man hier halt immer irgendwie neue Leute liegen und muss sich dazu irgendwas überlegen. Und das ist halt sehr vielseitig. Hier sind also wirklich unterschiedlichste Charaktere drin, die halt auch mal zur Frage eindeutig passen. Und das ist auch interessant. Mal gar nicht. Und das ist auf jeden Fall ein Spiel, obwohl ich jetzt in der Phase, wo wir darüber nachdenken, welchen Charakter wir auswählen, welcher gut passt, nicht reden dürfen. Danach reden wir auf jeden Fall miteinander. Und das ist auch ein Spiel, das sollte man nicht nur einmal spielen. Das geht halt relativ zügig, sondern, außer die erste Runde ist gar nicht ein voller Erfolg, aber selbst dann, also auch gerade wenn man verliert, macht es eben Sinn, einfach noch eine Partie zu spielen. Und vielleicht noch eine Partie, damit sich die Gruppe eben eingroovt. Und das ist natürlich besonders interessant, wenn man das Spiel dann eben nochmal mit einer anderen Gruppe spielt, muss man sich auch da wieder neu eingrooven, neu zusammenfinden, rausfinden, wie andere Leute denken und dann hoffentlich immer die gleichen Sachen in den Bildern sehen, die eben halt zu den Fragen passen. Wer ist durch diese Wand gerannt? Wer ist dafür verantwortlich? Er sieht schon so ein bisschen unschuldig aus, könnte man wahrscheinlich irgendwie sagen, er hier. Wem gehört dieser Hut? Wer heißt eigentlich George? Und wer gewinnt den Schönheitswettbewerb? Wer würde dieses Wuseli zum Lachen bringen von denen hier? Wahrscheinlich auch er. Und wer würde diesem kleinen Kerl Angst machen? Wem gehört dieses Instrument? Da sagt, das wirkt, wenn man das so sieht, fürchterlich banal. Aber wenn man spielt mit der richtigen Gruppe, das ist ja bei jedem Spiel so, egal beim Party oder beim Expertenspiel, dann kann das sehr witzig sein. Ist natürlich kein Dauerbrenner, den man jetzt irgendwie Tag und Nacht und fünfmal die Woche und dreimal am Abend, na, dreimal am Abend vielleicht schon. Aber halt kein Spiel, man trifft sich in der Regel nicht und sagt, hey, lass heute mal irgendwie den ganzen Abend Huse irgendwas spielen. Sondern man hat wahrscheinlich eh einfach einen lustigen Spieleabend oder hat sich zum Spieleabend getroffen, wartet noch auf wen, kann das Spiel gut spielen oder einfach so einen Sonntagnachmittag, wo man sagt, okay, wir treffen uns und spielen einfach so ein paar locker, leichte Spiele, ist vielleicht auch ein Spieletreff, wo man ein Spiel haben will, das man mit vielen Leuten spielen kann. Bis zu acht Personen können hier eben mitspielen. Und dann ist dieses Spiel genau das Richtige. Jetzt wisst ihr einmal, wie das Spiel funktioniert und das was für euch sein könnte. Und wenn euch das Video gefallen hat, sehr gerne einen Daumen nach oben geben. Ich sage vielen Dank fürs Zugucken und bis bald und tschüss.